Hallo liebe Klemmbaustein-Freunde, heute möchte ich euch mal wieder ein Set von der Firma Rael vorstellen. Und zwar ist das das Set mit der Nummer LEJ906. Es soll eine Corvette sein. In diesem Karton waren zwei Sets. Das ist das erste, was ich euch vorstelle, die Corvette. Und die sieht immer richtig schmuckig aus. Und von hinten mega, mega hammergeil. Dieses Set soll angeblich auf der Basis des LEGO Ceyron bestehen. Man sieht es auch leicht an den Felgen. Könnte so ein B-Modell davon sein. Das Set ist ab 8 Jahre plus. Das halte ich für sportlich. Hier haben wir nochmal die Setnummer, die J906. 2700 Teile plus. Also so richtig festlegen wollen sie sich hier bei der Steinezahl nicht. Der Maßstab ist 1 zu 8, wie üblich bei den Fahrzeugen. Im Inneren gleich, wenn wir öffnen, haben wir erstmal gleich einen Korrekturbogen mit dabei. Wo uns bei zwei Bauschritten eine Änderung schon mal in Aussicht gestellt wird. Hier ist ein Pin, den wir nachher noch benötigen. Und das ist der Aufkleberbogen. Sehr klein gehalten, finde ich. Aber der ist über mehrere Steine. Darum überlege ich noch, ob ich ihn aufbringe. Wie ihr seht, hier ist das auch in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Hier jetzt haben wir 5 Bauabschnitte. Die Darstellungen in der Bauanleitung sind ein bisschen klein, finde ich. Aber wahrscheinlich liegt das an meinen schlechten Augen. Das Set, ihr baut erst unten das Chassis und später baut ihr oben die Karosserie und dann fügt ihr das zusammen. Zu Ende oder der letzte Bauabschnitt ist bei Seite 137. Schauen wir uns mal die Tüten mal so ein bisschen an. Hier habe ich mal alles so ein bisschen sortiert. Tüten, ja, 5 Bauabschnitte. Also haben wir nummeriert hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir aber auch hier ein paar nicht nummerierte Tüten. Die ganzen Pins und hier haben wir eine Flex-X. So wie 4 Reifen. In Tüte 1 haben wir aber auch noch eine Tüte, wo sich so ein paar Fässchen befinden. Die sind verchromt. Das sieht schon mal mega cool aus. Dann haben wir hier noch so ein paar Gummibänder. Ja, aber nach Tüte 1 sieht mir das jetzt nicht aus. Das scheint mir eher was für zwischendurch oder zum Schluss zu sein. Aber das werden wir nachher schon noch sehen. Okay, ich würde sagen, ich fange jetzt an und melde mich dann halt nach dem ersten Bauabschnitt. Nach 75 Bauschritten ist der erste Bauabschnitt dann fertig. Und ja, wir haben diesen Knochen hier vor uns liegen. Sieht wieder mal sehr bunt aus, aber ist halt natürlich dem geschuldet, dass es aus Teilen des Bugattis stammen. Und der ist nun mal bunt gewesen im Inneren. Was aber auch seine Berechtigung hat. Wir haben hinten eine Lenkung. Also das ist hinten das Heck, nicht vorne das Vorderteil. Hier eine Art Verstellung. Der Sinn schließt sich mir momentan noch nicht auf. Dann haben wir hier eine Verstellung. Eigentlich müsste das so ein Schalthebel-Getriebe-mäßig was sein. Aber hier sind so Gestänge dran, die hinten auf die Lenkung gehen. Wundert mich jetzt auch, dass man mit dem Schalthebel die Lenkung bedienen kann. Geht eigentlich so, wenn ich hier diesen Schalthebel betätige, ganz leicht. Ja, wir haben Bremsscheiben. Wir haben schon die Bremsbelege, die angedeuteten Orden angebracht. Hier hinten haben wir ein Differenzial eingebaut. Wobei ich sagen muss, dass das alles ein bisschen schwer geht. Also das ganze Getriebe ist nicht unbedingt leichtgängig. Hier in der Mitte haben wir auch noch so ein Zentral-Differenzial. Wenn ich das mal so nennen sollte. Da sind links und rechts zwei schwarze Zahnräder. Die sind da so stramm drauf, dass sich dieses Differenzial kaum bewegen lässt. Also leicht ist auf jeden Fall anders. Ich habe eigentlich immer versucht, alles nicht so stramm einzubauen und mit ein bisschen Spiel. Aber nachdem ich die beiden Zahnräder eingebaut habe, war mit der Leichtgängigkeit auf jeden Fall erstmal Feierabend. Ich muss nachher nochmal gucken, ob ich dann irgendwo an eine Lösung komme. Also zerlegen habe ich das ganze Teil jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt Lust. Ich muss aber auch mal sagen, ich hatte damals von Lepin den Bugatti auch. Ja, Asche auf mein Haupt. Und da habe ich das Getriebe auch nicht richtig zum Laufen gekriegt. Manche chinesischen Hersteller haben da echt die Probleme, dass das mit den Genauigkeiten mit den Zahnrädern nicht so gut läuft. Also ein bisschen nerven tut mich das schon, wenn das Getriebe nicht rund läuft. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich das so zum Laufen kriege. Gucke auch nochmal im Internet, ob ich irgendwie was finde. Und weiter geht es mit Bauabschnitt 2 an dieser Stelle. Hier haben wir jetzt den Inhalt der Tüte Nummer 2 verbaut. Und ja, wir haben hier, wie ihr seht, hinten das Heck. Das hatten wir ja schon in Bauabschnitt 1. Und hier diese Mechanik hier haben wir jetzt auch verbunden. Da kann man halt was schalten. Ich kann nur sagen, da kann man was schalten. Aber was tut sich mir noch nicht auf. Wir haben die Lenkung verbaut. Ich muss sagen, die geht relativ schwer. Sieht aber cool aus, muss ich sagen. Die Bauweise war echt cool. Übrigens so Pins und Achsen und Liftarme und sowas. Das hat alles super gepasst. Kreuzachsen passen gut. Nichts geht schwer rein oder fällt von alleine raus. Es hält eigentlich alles hervorragend. Also Steinequalität ist gut. Bei den Zahnrädern bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, eine Menge Technik, Getriebe, Zahnräder verbaut hier vorne. Jede Menge bewegliche Teile. Dass ich mir, was es bewirken soll, keine Ahnung. Irgendwas mit der Lenkung hat es auf jeden Fall zu tun, wie ihr seht. Sieht echt interessant aus. Aber wie es sich am Ende nachher verhält, werden wir mal schauen. Über das Modell habe ich auch noch nicht viel im Internet gefunden. Nur so ein paar chinesische Seiten. Und ich glaube ein Video von einem Amerikaner wurde auch schon gemacht. Da wird auch darauf hingewiesen, dass es da irgendwie ein paar Probleme gibt mit dem Getriebe. Und von daher bin ich so ein bisschen skeptisch, ob ich das überhaupt zum Laufen kriege. Ich habe auf Hinweise mal zwei andere Zahnräder bestellt. Ob das nachher hilft, werden wir sehen. Wenn ich sie bekomme, werde ich sie einbauen und dann nochmal das Ganze testen. Weil ich will das Ding eigentlich zum Laufen bekommen. Obwohl Laufen ist ein bisschen viel verlangt. Mir reicht, wenn es fährt. Wenn man es schieben kann. Wir haben ja auch hier ein paar Federn verbaut. Und ja, die Federn eigentlich ganz gut vorne. Und hinten federt auch gut. Und es wurden ja vorne und hinten jeweils an Proachse zwei Federn oder Federbeine verbaut. Also das soweit ganz in Ordnung mit der Federung. Ich würde sagen, das war es mit Bauabschnitt 2. Und es geht weiter mit dem dritten Bauabschnitt. Wo wir auch schon so ein bisschen von der Karosserie bauen. Hier haben wir jetzt den dritten Bauabschnitt. Und das Unterteil oder das Fahrgestell ist soweit fertig. Wir haben jetzt hier die beiden Sitze angebracht. Dann in der Mitte eine Art Konsole. Die können wir auch aufklappen. Und dann kann man dieses mittlere Differenzial da sich bestaunen. Was nicht so richtig funktioniert. Dann was haben wir noch angebracht. Hier einen schönen Zehnzylinder. Ein V-Motor. Der war auch ein bisschen tricky einzubauen. Läuft aber, wenn ich jetzt hier an dem oberen Rad drehe, läuft der eigentlich sehr sauber. Ich finde diese Art Motoren echt cool. Ja, tricky war das, ihn hier anzuflanschen. Das ging gar nicht. Ich musste von den Pin erst hier wieder rausziehen. Dann von unten mit dem Schraubenzieher gegenhalten. Dann den Pin wieder reindrücken. Es war echt extrem. Eine Besonderheit war das Einsetzen der Kolben. Es ist nicht so, dass ihr die Kolben schon auf die Pleuel steckt. Sondern ihr steckt erst die Pleuel. Baut ihr rein, steckt die in den Zylinder. Und dann drückt ihr die Kolben von außen in die Zylinderbuchsen rein. Habe ich so noch nie gesehen. Klappt aber tadellos. Also der Zusammenbau war kein Problem. Ja, man lernt immer wieder was Neues. Das haben, ja, jeder hat so seine Einfälle. Dann haben wir hier hinten ein Gestänge angebracht. Was für diese Verstelleinheit zum Ansteuern sorgt. Hier hinten ist auch ein Rad. So eine Art Rastrad. Was mit einem Stoßdämpfer angesteuert wird. Sodass bei jeder Umdrehung das in diese Kerbe einrastet. Unten hat sich jetzt soweit nichts getan. Das haben wir ja alles schon in den ersten Bauabschnitten. In den 1 bis 2 abgefrühstückt. Das meiste hat sich, wie gesagt, jetzt hier oben abgespielt. Sitze, Motor und so ein bisschen Gedöns. Das war es jetzt eigentlich soweit. Wir haben in diesem Bauabschnitt dann nicht nur halt den Unterbau komplett fertig gebaut. Nein, wir haben auch einen Teil der Verkleidung gebaut. Und da muss ich sagen, da hat sich der Designer mal oder der Mocker mal was richtig cooles ausgedacht. Und das Heck sieht mal wirklich schön aus. Ich finde, das ist mit das schönste Heck, was ich bis jetzt an diesen Technikautos überhaupt gesehen habe. Mega cool gelungen. Auch hier schon die beiden Radkästen hinten sind angebracht. Es sind auch normale Legosteine hier auch verbaut worden. Und stabil ist das Ganze auch noch. Da klappert und fällt nichts auseinander. Kein Steinchen fällt da ab. Hier haben wir hinten auch dann diese Excel noch mit angebracht. Die ist wahrscheinlich eine Art Bremsleiste oder so. Dann hier, das sind diese Fässer, die verkrumpen. Und innen drin noch so Zahnräder eingebaut. Das soll die Ausfuhranlage sein. Und die sieht mal richtig schmuck aus. Ja, hinten so ein bisschen Gitter und Diffusor und das ganze Gedöns. Auf jeden Fall mega klasse sieht das aus. Übrigens, meine Frage an euch. Wie findet ihr das Heck? Findet ihr es auch so cool, wie ich das finde? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Das war es dann auch zu Bauabschnitt 3. Und wir gehen jetzt zum vierten über. Wir nähern uns jetzt hier mit großen Schritten dem Finale. Aber erst ist noch der vierte Bauabschnitt davor. Wir haben jetzt hier die Seite gebaut. Also beide Seiten mit den Türen. Und ich finde, diese Türen haben die echt cool hinbekommen. Mit so einer Art Schwenkmechanismus. Die schwenken erst so ein bisschen raus. Und beim Zuschwenken schwenken sie so rein, damit der Spalt nicht so groß ist. Das sieht echt cool aus. Auch ein paar Spiegel sind hier angedeutet. Was aber so ein bisschen wieder störend ist. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Das sind Einschlüsse in den Paneelen. Also es sind einige, einige Paneele, die diese Einschlüsse haben. Man kriegt sie jetzt auch nicht so weit weg. Ich muss mal mit Radiergummi versuchen. Teilweise so kleine Stippen oder kleine Pünktchen. Ja, manchmal sind auch Paneele dabei. Die haben keine Einschlüsse, aber hier sind doch fast jedes oder jedes zweite Paneel hat so leichte Einschlüsse. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen wabbelig hier. Aber das wird sich gleich, wenn wir jetzt den Vorbau davor setzen, wird sich das alles legen. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt zu dem fünften und letzten Bauabschnitt und vervollständigen das Ganze. So, es ist vollbracht. Wir haben die Karosserie jetzt fertiggestellt. Und die sieht echt mega cool aus. Naja, Spiegel ein bisschen richten. Mit den Türen hatten wir schon. Das sieht echt cool aus. Schließt auch super. Dann auch hier haben wir ein bisschen mit Soft-Excel zusammengearbeitet. Ich habe jetzt hier nur... Ah, man sieht es ein bisschen. Schwarz in schwarz. Ich habe hier hinten diese Aufnahme gedreht, weil diese Soft-Excel ein bisschen kurz war. Ja, es geht aber. Dann stabil ist es auch einigermaßen. Man kann es ruhig hier anfassen. Und dann hier vorne, das finde ich auch cool gelöst, diesen Kotflügel. Die Motorhaube sieht auch heftig aus. Man kann die aufklappen oder ein Teil davon. Hier sowieso Kiemen. Das sieht auch mega cool aus. Seht ihr? Ist auch ganz interessant, die Bauweise, wie das alles gemacht wird. Hier haben wir auch wieder diese typischen Einschlüsse auf einigen Paneelen. Sieht natürlich auf der Motorhaube nicht so lecker aus. Auch mit den Lampen hier vorne, das haben die echt cool gelöst. Richtig gut. Denen ist da richtig gut was eingefallen. Angeblich soll das ja auf einem Mock von irgendeinem Mocker basieren, das Ganze. Habe da auch weiter jetzt aber nichts erstmal zu gefunden. Hier vorne die Schnauze ist auch gut gelungen. Mit den Soft-Excel so ein bisschen noch Struktur gegeben, dem Ganzen. Hier so Leitbleche. Also alles echt vom Feinsten. Also ein echt gelungenes Design. Ich habe schon einmal gesagt, ich finde es von der Optik her, finde ich, ist eins der schönsten Technik-Auto-Modelle der letzten Zeit. Da kommt auch kein Kader oder irgendeiner hinterher, finde ich. Oder auch Lego auch nicht. Es sieht einfach klasse aus. So, Punkt. So, jetzt folgendes. Jetzt müssen wir noch die Karosserie auf das Fahrgestell bringen. Aber vorher möchte ich euch nochmal kurz das Fahrgestell zeigen und da noch ein paar Sachen zu sagen. Hier haben wir das gute Stück nochmal und ich muss jetzt ein bisschen meckern. Und zwar folgendes. Ich habe das Ding nicht zum Laufen bekommen. Die Räder drehen sich zwar mittlerweile. Das hat sich vorher noch nichtmals gedreht, weil es irgendwo geklemmt und gehakt hat. Die Lenkung geht immer noch nicht besser. Jede Menge Spiel und es geht sehr schwer, das Ganze. Also so richtig mit Kurven fahren ist da nicht. Und gerade wenn die bereiten Pushen drauf sind. Der Motor dreht sich nicht mit. Er soll sich eigentlich während der Fahrt mitdrehen. Was sich an dieser Schaltung jetzt hier verstellen lässt. Er schließt sich mir immer noch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall die Müge gemacht. Ich habe zwei neue Zahnräder bestellt. Das hat ein paar Tage gedauert. Ich habe die jetzt hier eingesetzt. Das sind graue. Vorher waren da schwarze drauf. Es hat sich aber keine Besserung getan. Das ganze Thema klemmt immer noch. Immer alles noch mega stramm da drauf. Ich werde das nicht nochmal zerlegen und nochmal versuchen aufzubauen. Ich habe jetzt auch in einigen Foren nachgelesen. Dass es mit der Technik echt hakt. Diese Vierradlenkung funktioniert auch nur von unten. Wenn ich hier an diesen Gestänge dran arbeite. Aber an der Lenkung, wenn ich da dran drehe. Dann drehen sich höchstens maximal die Vorderräder. Die Schaltung tut auch nicht das, was sie soll. Also technische Funktionen an diesem Modell gleich null. Ich bin aber nicht der Einzige, der das Problem hatte. Es gibt im Internet noch mehrere. Die einfach gesagt haben, ja, das läuft gar nicht. Es ist einfach nur ein schönes Standmodell. Und das ist es für mich jetzt auch. Wenn jetzt sich einer da nochmal dran tun möchte, kann er ja gerne nochmal machen. Er holt sich das Ding und einen Mocker oder einen Technikfreak, der richtig Ahnung hat. Der beschäftigt sich mit dem ganzen Thema nochmal. Ich bin damit jetzt eigentlich durch. Es hat ein bisschen Spaß gemacht beim Aufbau. Ja, aber Funktionen sind jetzt nicht vorhanden wirklich. Es sind zwar welche da, aber das erschließt mich nicht so richtig. Ich habe zwar so ein paar kleine Fehlerchen habe ich auch gefunden. Einen will ich euch mal zeigen. Und zwar ist der hier unten an der Vorderachse, vorne an der Lenkung. Hier wo die Stoßdämpfer angebracht sind, das ist in der Bauanleitung ein bisschen falsch. Dann müsst ihr den Pinn ein bisschen umsetzen und den Axtstopper auf die andere Seite setzen. Dann läuft das wesentlich besser. Ja, sonst, wie gesagt, ich komme nicht darauf, was hier falsch sein sollte. Ich habe auch nicht weiter was gefunden. Die Leute im Internet oder im Netz sind auch ratlos. Ich füge das Ding jetzt einfach mal mit der Karosserie zusammen. Dann schauen wir uns das Ding mal im Gesamten an. Denn das, finde ich, ist das Highlight an diesem Set. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bäm, wenn das mal nicht ein harter Schnitt war. Jetzt sind wir wieder im Haus und so ein paar Sachen möchte ich euch jetzt nochmal hier zeigen. Da es technikmäßig von dem Getriebe her nicht viel hergibt und nur noch die Karosserie ein bisschen was zu bieten hat, haben wir jetzt hier hinten noch eine Heckklappe, die wir öffnen können. Die hat auch ein schönes Scharnier, aber jetzt kommt es. Die hakt beim Verschließen, hakt die wieder so ein bisschen. Und zwar an den schrägen Liftarmen. Wenn wir das jetzt einklappen, kriegen wir es nicht ganz eingeklappt. Wir müssen es ein bisschen hin und her bewegen oder die Liftarme ein bisschen zur Seite. Aber die fehlen auch wieder zurück. Also ich muss sagen, bei dem Modell hakt es doch an der ein oder anderen Stelle. Hinten haben wir eine Klappe, vorne haben wir so etwas ähnliches wie eine Klappe. Da können wir nämlich einen Teil der Motorhaube öffnen. Und zwar diesen hier. Da haben wir so ein Doppelscharnier. Das sieht richtig aus wie so Kiemen, wie so Fischkiem. Und ja, wenn ihr das hochklappt, dann könnt ihr halt in den Motorraum sehen. Und den schönen V10. Ja, die Klappe schließt auch richtig schön gut und bündig. Und gibt dem Ganzen eine richtig schöne Form. So Leute, das wäre es jetzt mit meiner Vorstellung von dem Modell. Hat auch schon wieder lange genug gedauert. Meine Frage an euch wäre, was haltet ihr von dem Modell? Würdet ihr euch eventuell auch holen, obwohl es technische Probleme hat. Aber für Leute, die sich sehr gerne mit Technik beschäftigen und Ahnung davon haben, ist dieses Modell wirklich eine gute Alternative, finde ich. Vor allen Dingen, weil es optisch schon mal heraussticht von allen anderen Autos. Es ist wirklich wunderschön. Ich finde diese Form echt super gut gelungen. Okay, das war es dann. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.